Hey, ich bin Nico von Lerchenfeld, komme aus dem Allgäu im Süden von Deutschland. Wir sind gerade in Hamburg für Red Bull Rising High. Der Contest war geil, wir waren schon die ganze Woche hier oben in Hamburg und haben trainiert, was ziemlich cool war, dass man eben mehrere Tage hintereinander das Ganze ausprobieren kann. Und dann waren wir hier in einer super Location, was das Ganze nochmal ordentlich aufgewertet hat. Sauviele Leute waren da und deswegen hat es einfach super Spaß gemacht. Meine Erwartung und Hoffnung war auf jeden Fall, dass ich es ins Finale schaffe und das hat geklappt. Darum war ich ziemlich happy. Da hat es dann leider nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Und dann wurde ich aber mit diesem Best Style Award überrascht, was super geil war, weil der hat mich dann mega gefreut. Dieser Best Style Award war so ein Online-Voting für den Fahrer, der quasi über den Tag den besten Style gezeigt hat, also die coolsten, stylischsten Tricks gemacht hat. Und das habe ich bekommen und das finde ich eine ziemlich coole Belohnung für mein Fahren. Was wir heute vorhaben? Wie gesagt, wir sind schon die ganze Woche in Hamburg und wir waren bis jetzt wirklich jede Nacht irgendwo draußen unterwegs. Darum denke ich mal, dass es genau so heute weitergeht und wir wieder eine Menge Spaß haben werden. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein konnte. Es war mega viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Event.